So schaut's nämlich aus. Ja, wo sind wir denn? Jetzt klang's! Ein Bayer tut rügen. Zuletzt hab ich das Abschiedsspiel vom Kahn angeschaut, gell? Nach dem Spiel ist er nochmal ins Stadion, um sich von den Fans zu verabschieden. Und wer singt im Hintergrund? Der Paul Potts, der Tussing Opera aus der Telekom-Werbung. Hab ich drauf geschissen und sofort weggeschaut. Ich kann den Zipfel nämlich nimmer sehen. Jedes Mal, wenn die Werbung kommt, ist der Typ das Erste, was du zäckst, wo sich jeder denkt. Mei, schau hin, das arme dicke Däpperl mit den kreisligen Zähnen möchte Opera singen. Und dann lass der Opera, außer dass er grad so pfeift. Das hässliche Entlein singt so schön. Alle warnen vom Fernseher. Don't believe the high! Ja, vor Wurt. Der Scheiß geht einfach auf den Sack. Und jetzt ist er beim Kahn, dann war er gleich in der neuen ZDF-Talkshow Markus Lanz. Schon mit neuen Zähnen, weil seine echten gängern dann doch nicht. Trotz seiner Hässlichkeit, die er für sein Image braucht. Und überall singt der Opera das Einzige, was er je in seinem Leben machen wollt. Paul Kotts! Also, ich weiß nicht. Auf mich wirkt das Ganze schon vom englischen Superstar-Pandau her inszeniert. Ich mein, der Typ macht das nur zum Spaß. Hä? Wenn jeder dahergelaufen in dem Opera singen kann, dann kann ich das schon lang. Jetzt pass auf. Jetzt sing ich mal Opera. Ja, ja, ja. Das ist wichtig, dass du schmörner fühlst. Das ist wichtig, dass du schmörner fühlst. Ich weiß nicht, dass du schmörner fühlst. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020